Und damit, hey Leute, herzlich willkommen zum Vorbericht am Donnerstag, zum Vorbericht vor unserem Spiel für morgen Abend. Morgen Abend, Freitag Abend treffen wir auf die Aminia aus Bielefeld, Bielefeld gegen Nürnberg, das laut ist das Spiel. Und ja, da gibt es jetzt heute am Donnerstag meinen Vorbericht dazu, meinen Vorbericht dafür. Ja, lasst sehr gerne, bevor ich beginne, direkt mal einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo da, Leute. Es sind nur noch vier Abonnenten, dann haben wir endlich die 50 Abonnenten erreicht. Also gerne liken, gerne abonnieren und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit dem Video, mit dem Vorbericht. Beginnen wir, wie immer, mit der Ausstellung. Danach werde ich euch ein bisschen was zu Bielefeld sagen, meinen Tipp und allgemein noch ein bisschen ein paar Fakten. So, jetzt gehen wir rein. Jetzt kommen wir zur Ausstellung. Ja, die Ausstellung im Tor, Peter Winder-Lensen, dann hinten drinnen der Abwehr, Jan Gümara. Also, das ist jetzt meine Ausstellung. Eure auch gerne unten rein in die Kommentare. Ja, wie ich auf jeden Fall gesagt habe, Jan Gümara. Dann haben wir Valentini, Enrico Valentini, wenn er fit werden sollte. Ich weiß es nicht. Schindler auf jeden Fall muss gesetzt sein, meiner Meinung nach. Ja, so würde ich das erstmal machen. Dann im Mittelfeld haben wir auch verschiedene Optionen. Für mich aber Geis muss spielen von Anfang an. Dann haben wir Zempelmann, Geis Zempelmann für mich und Thailand Duman. Ich würde mit denen drei spielen, weil das für mich alles Spieler sind, die für mich wirklich gut spielen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und vorne im Sturm können wir die Sache eigentlich auch relativ schnell klären. Vorne im Sturm für mich. Ja, Dua hatte für mich im letzten Spiel besser überzeugt, als in den gesamten Ligaspielen vorher, muss ich euch ehrlich sagen. Also, gegen Braunschweig fand ich ein Dua. Er hatte ein paar Abschlüsse. Gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Deswegen würde ich mit Dua spielen und, ja, ich probiere es nochmal. Dua und Puerta. Ich glaube nicht, dass Puerta spielen wird, aber es ist meine Ausstellung. Ich würde mit Dua und mit Puerta gerne spielen. Das würde ich mal sehen, ob das funktionieren würde. Ja, wie gesagt, auch gerne eure Ausstellung natürlich unten rein. Und jetzt kommen wir zum Gegner. Was erwartet uns mit Bielefeld? Mit Bielefeld erwartet uns ein schwieriger Gegner, meiner Meinung nach. Es ist wieder mal ein direktes Duell. Wir haben jetzt die letzten drei gefühlt direkten Duelle allesamt gewonnen. Wir haben Sandhausen geschlagen, wir haben Braunschweig geschlagen und ich weiß nicht, wen wir noch geschlagen haben. Am Regensburg auch, finde ich, auch noch ein Konkurrent, wenn man da unten schaut, schon noch im Abstiegskampf. Natürlich dabei, logisch. Und das ist natürlich super, wenn du drei deckte, natürlich sind wir noch nicht durch, ja. Wenn du drei deckte Konkurrenten schlägst, ist das natürlich super. Natürlich sind wir noch nicht durch, aber wenn wir die nächsten Spiele gewinnen, sage ich, sind wir durch. Und dann hat sich das Thema Abstiegskampf für den 1. FC Nürnberg erledigt, sage ich. Wenn wir die nächsten zwei, drei Partien, naja, drei, vier Partien gewinnen sollten, dann denke ich, könnten wir das Thema Abstiegskampf fast schon abhaken. Wenn man dann auf die Tabelle schaut. Wir sind aktuell auf dem 12. Tabellenplatz. Aber wir müssen natürlich diese Siege erstmal holen. Und jetzt, ja, kommt Bielefeld und mit Bielefeld ein unangenehmer Gegner. Letzte Woche, am Wochenende, am Samstag, 3 zu 1 hat Bielefeld gegen Darmstadt zu Hause gewonnen. Ich glaube, das ist ein Ergebnis, mit dem keiner gerechnet hat. Darmstadt lag in Führung. Ich habe noch gedacht, ja, die werden das am Ende noch 0-2-0-3 gewinnen. Und dann trifft Bielefeld, ja, zum 1 zu 1, ungefähr in der 70. Und dann machen sie das 92. plus 1 und am Ende gewinnen sie das Spiel sogar noch mit 3 zu 1. Also, wirkliche Überraschung, meiner Meinung nach. Was aber keine Überraschung sein wird, dass Bielefeld auch morgen direkt wieder Vollgas geben wird im Spiel gegen uns. Und unbedingt natürlich auch den zweiten Sieg in Folge haben will. Wir wollen natürlich aber auch den zweiten Sieg in Folge. Und deswegen ist diese Partie am Freitagabend, finde ich, eine sehr, sehr spannende Partie. Wo richtig viel Action drin sein kann. Natürlich kann aber auch der Spieler auch ein bisschen langweilig werden. Das weiß man natürlich nie bei so einem Spiel. Ich sage, wir werden am Ende einen Sieg von unserem 1. FC Nürnberg sehen. Ich habe ein relativ gutes Gefühl, dass die Jungs ein gutes Spiel machen werden. Und am Ende gewinnen. Es wird aber wieder mal ein sehr, sehr knapper Sieg werden. 1 zu 2 gewinnen wir gegen Bielefeld in Bielefeld. Ja, auf jeden Fall wirklich ein Spiel, oder ein Gegner, wo man definitiv nicht unterschätzen sollte. Bielefeld ist eigentlich mit dem Kader, mit der Mannschaft mehr zuzutrauen. Da muss ich gerade aktuell spielen, meiner Meinung nach. Ich wollte ja am Anfang der Saison, ja, die Ausstiegsträume waren ja am Anfang der Saison da. Es ging in die komplett andere Richtung. Wenn wir da die drei Punkte holen würden, man könnte nicht sagen, wir wären durch mit dem Abstiegskampf. Das könnte man nicht sagen. Aber es wäre natürlich ein weiterer, wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt. Brauchen wir nicht diskutieren. Und deswegen sage ich, unser 1. FC Nürnberg gewinnt das Auswärtsspiel mit 1 zu 2. Und ja, da wünsche ich denen, wo nach Bielefeld fahren, viel Spaß. Feuert die Jungs an, feuert, gebt Gas auf den Rängen. Und wir sehen uns dann morgen Abend beim Nachbericht wieder von der Partie Bielefeld gegen Nürnberg. Wir sehen uns, haut rein. Und ciao, das war es mit dem Vorbericht. Tschüss. Tschüss.